Und zertrennlich die beiden. Unser herzliches Beileid. Opa war mein Ein und Alles. Er hatte seine eigene, ganz besondere Art. Ich habe übrigens eine neue Freundin. Eine Wölfin. Sie schleicht oft ums Haus. Was machst du da? Alles gut. Du hast ein Junges. Ich habe von dem Flugzeugabsturz gehört. Das ist ganz furchtbar. An Bord war ein Löwenjunges für einen Zirkus. Wir haben es noch nicht gefunden. Joe, das musst du dir ansehen. Da sind ein Wolfswelpe, ein Löwenjunges und... Was zum Teufel ist das denn? Eine von Opas Freundinnen. Was? Und zertrennlich die beiden. Die Wölfin ist nicht zurückgekehrt. Ich muss mich um sie kümmern. Sie haben kein Recht auf die Tiere. Geben Sie mir meinen Löwen zurück. Ich lasse nicht zu, dass euch was passiert. Wie willst du für sie säuen, wenn sie größer werden? Ich muss sie beschützen. Sie lieben sich. Ich krieg meinen Löwen wieder. So oder so. Stopp! Stopp! Wirklichkeit! Wirklichkeit! Vielen Dank.